Ach man, fick dich Schülkröte! Scheiß doch drauf, ey, kack die Wand an. Das ist YOLO-Mode. Jetzt ist YOLO-Mode hier. YOLO-Mode, YOLO-Mode! Schaffst du doch eh nicht. So ein hässlicher Vertreter. Ja, von dem wollen wir nichts kaufen. Ne, ich mach gar nicht erst auf bei solchen Leuten. Richtig so. Und deswegen stehe ich auch noch auf. Ah, meine Schülkröte! Eigentlich hätte ich das ja wissen müssen. Kommt schon! Och man, jetzt bin ich voll aus dem Konzept. Ich stehe den Fisch denn grad nicht hier? Komm du dort schneller springen du Arsch! Ja, schön. Schau, wisch ich den. Vor allem, der steht dann da. Hallo! Hallo! Ich bin voll so ein komischer Vogel. Sollen sie verkaufen? Okay, Kinder. Kaufe ich 10. Jeje. Okay, einmal speichern. Geschafft! Nein! Fick dich! Du bist ein Assi-Flash. Da hab ich gespeichert, da nehm ich. Das war wieder Kacke. Ne, warum Kacke denn? Du bist Kacke, deswegen. Kacke stinkt. Ja, deswegen bist du auch Kacke. Weil du auch stinkst. Ach du Scheiße, wie soll das denn jetzt gehen? Das ist so mies, du musst so schnell springen, ne? Bei diesen dreien Stück. Okay, wie soll das jetzt hier gehen? Ich finde das echt heftig, wie manche Leute das einfach so zack, zack, zack durchschaffen. Ich glaub nicht, wie das hier gehen soll. Ohne große Probleme, das ist immer so heftig. Wieso? Hä? Ach sooo. Ich weiß nicht, dass wir jetzt für die Schuldkröte brauchen, aber ich glaub nicht. Boah, ich kann keine Schuldkröten schaffen, ja toll. Toll. Also, ich bin weitergekommen schon, ne? Grad. Okay. Warte, das wird jetzt extrem ließ. Ah, ich war drauf. Ich bin mir so behindert. Ach, das mögst du jetzt erst? Cool. Fünf Minuten noch, ne? Ja. Im ersten halben Stunde hatte ich keine Lust heute. Ja, sind es aber noch acht. Jetzt sind es noch noch sieben. Ja. Ich hab's geschafft! Durch die Röhre! Da ist das Ende, da ist das Ende! Ich hab's geschafft, das erste Sternenlevel. Wieso wird das denn jetzt gehen? Yes! Ich find das geil, dass der ab und zu nicht springen wird. Oh mein Gott, das erste Sternenlevel, fertig. Ja, ja. Elf in Quartinio. Zweites machen? Ich probier mal das Schloss. Guck mal wieder das zweite Sternenlevel. Mach doch n' Schloss! Was ist das denn? Hä? Man hat nur eine Minute Zeit? Okay. Wo? Man hat 100 Sekunden nur Zeit. Beim zweiten Sternenlevel? Naja, what the fuck? Ich dachte du hast bei Stefan geguckt und wüsstest das. Nee, geguckt hab ich das nicht. Guck, die Sternenlevel hab ich nie geguckt. Hab ich nie interessiert für. Nee, du bist behindert, ich weiß. Du sollst da rauf und nicht einfach nur berühren und wieder runterfallen, du Assi. Assi Mario, Assi Mario. Aaaaah. Ich habe ihn schon gemacht. ach du scheiße flash ist so kacke flash ist so kacke flash ist ja so kacke flash ist ja so kacke warum mach ich jetzt den save komm ganz mit der ruhe ich will springen macht das nicht ach du wichser was du bist ein wichser der mit seinem scheiß blitz hier trotzdem bist du wichser fahr ich nicht ich weiß nicht wo alles kommt leute ach du scheiße alter wie soll man die denn zum bewegen bekommen keine ahnung ich habe ja keine ahnung wo du bist was du machst den komischen kaktusflanz wer weiß ob du dir einfach nur den finger in den arme schiebst und so tust ob du zockst ach du scheiße ja du bist scheiße ich weiß brauchst du doch nicht wiederholen du ahnst es nicht was ahnst du nicht dass du bescheuert bist ne das weiß ich das weiß ich doch schon dass du bescheuert bist scheiße noch kettensägen nehmen könne ja ja das ding bewegt sich nur wenn du in die richtung bewegst und hat fliege ich runter ja tust du das cool ach ja 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 du bist kacke ich weiß ah da hab ich ne sekunde verpasst danke spiel bitte flash ich weiß nicht wo das ziel ist dann lass mich jetzt verkackeiern hm scheiß spiel es lacht mich schon so warum schafft er das denn mich hier runterzukommen ganz schnell kannst du bitte weiter gehen und nicht in der mittag wieder aufhören weh du kack spiel lass mich doch mal weiter was sagt bei dir die uhr 9 20 der laden gedrückt auf laden gedrückt nein aber nur vorbeigeflogen an der plattform die war schneller als ich eine zeit ist unwahrscheinlich nicht in 13 minuten nicht in 13 minuten vergiss es nein ist gleich 30 minuten nachher aber wenigstens habe ich das etwas weiter geschafft in diesen 30 minuten ich hab nur so ein sternlevel hier flirsch 30 minuten halb ich weiß nicht in der finger 30 minuten ja dann können wir beenden ne naja probierst du einmal und dann ok ok damit würden wir sagen bis zum nächsten mal bei kaiser mario welt tschau tschau tschüss 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 tschüss